In dieser Woche zu Gast bei Thomas Philipp Reiter die Spitzenpiratin Julia Reda, 28, und Berufspolitikerin. Über die Frage, welche Zukunft hat sie selbst und welche Zukunft hat ihre Partei, die Piratenpartei. Und ich bin Thomas Philipp Reiter. Bei mir zu Gast ist heute Julia Reda, 28 Jahre alt oder jung, wurde als Spitzenkandidatin der Piratenpartei Deutschland 2014 ins Europäische Parlament gewählt. Schon mit 16 Jahren wurde Julia Reda politisch, nämlich als Mitglied der SPD, trat dort aber 2009 wieder aus und wurde 2010 Bundesvorsitzende der Jugendorganisation ihrer Partei. Hier im Europäischen Parlament hat sich Julia Reda der Grünen-Fraktion angeschlossen. Julia Reda, herzlich willkommen in meiner Sendung. Hallo. Beleidige ich Sie eigentlich, wenn ich Sie als Berufspolitikerin bezeichne? Nee, eigentlich gar nicht. Also als die Piratenpartei angefangen hat, da hatten viele von uns die Idee, einfach nur die technische Expertise in die Politik zu bringen. Aber inzwischen haben wir schon gemerkt, dass es auch sinnvoll ist, wenn Leute mit einem gewissen technischen Know-how sich auch Vollzeit mit Politik beschäftigen. Also Sie schleifen sich schon ab und werden zur normalen Politikerin? Ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht sein ganzes Leben lang macht, aber natürlich als Abgeordnete irgendwelche Nebentätigkeiten zu haben und nebenher vielleicht noch irgendwie eine Anwaltskanzlei oder so zu leiten, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen das machen, ist auch nicht Sinn der Sache. Fühlen Sie sich dann wohl im Kreise der Grünen? Sie sind ja keine Grüne, Sie sind ja Piratin, aber dort in der Grünen-Fraktion. Wie geht das da? Also am Anfang war es schon teilweise ein bisschen Kulturschock. Die Art und Weise, wie dort zu Entscheidungen gekommen wird, ist ganz anders als den Piraten. Es wird viel weniger abgestimmt zum Beispiel. Aber die europäischen Fraktionen sind auch insgesamt ein bisschen pluralistischer als die Parteien, die man vielleicht aus Deutschland kennt. Und es gibt noch andere Abgeordnete, die nicht zu den Grünen gehören und trotzdem Teil der Fraktion sind. Und also mein Umgang damit war, dass ich mir dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt schon mit den Grünen arbeite, dann kandidiere ich auch für den Fraktionsvorstand und bin dort eben jetzt ein Mitglied, das auch die unabhängigen Mitglieder der Fraktionen vertritt. Aber wäre es dann nicht schlüssiger, auch gleich grünes Parteimitglied zu werden? Absolut nicht. Also es gibt jetzt drei deutsche Parteien, die Mitglied dieser Fraktion sind. Wir haben europapolitisch viel gemeinsam. Das sind die Grünen. Die Grünen, die ÖDP und die Piratenpartei. Ja, also wir sind alle für mehr europäische Integration und gerade bei meinem Kernthemen Netzpolitik, Urheberrecht, kann man mit den Grünen ganz gut zusammenarbeiten. Aber natürlich ist der Fokus ein ganz anderer. Das heißt, bei den Grünen sind dann meistens doch irgendwie ökologische Themen höher auf der Tagesordnung. Aber dadurch ist es auch eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit, dass ich mich halt ganz klar auf die Internetthemen konzentriere und gleichzeitig die Grünen, wenn sie da weniger Leute für haben, davon auch profitieren können. Gibt es auch Kontroversen? Es gibt auch Kontroversen. Also wenn es um die genaue Ausgestaltung des Urheberrechts geht, also welche Rechte genau sollen der Allgemeinheit zustehen, welche den Verlagen und Verwertern, da gibt es natürlich im Detail Unterschiede. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, was glauben Sie, wie lange es die Piratenpartei in Deutschland überhaupt noch geben wird? Ich glaube, das hängt ganz stark von der europäischen Entwicklung ab. Wir haben in Deutschland viele Fehler gemacht und eine ganz ähnliche Entwicklung durchgemacht wie auch die schwedischen Piraten vorher. Das heißt, es gab einen Hype. Wir haben dann aber viele der Versprechen, die wir gemacht haben, was Transparenz angeht, was auch das Abdecken von einem breiten Themenspektrum angeht, letzten Endes nicht erfüllen können. Klingt ein bisschen nach FDP, ne? Ja, aber der Unterschied ist, dass die FDP halt irgendwie eine deutsche Partei ist und die Piratenpartei ist eine internationale Bewegung. Wir haben am Sonntag gerade in Tschechien bei Kommunalwahlen in manchen Bezirken 20 Prozent für die Piratenpartei gehabt. In Prag sind die Piraten jetzt Zünglein an der Waage für die städtische Regierung. Und ich glaube, das zeigt auch, dass immer wieder in neuen Ländern die Piraten politische Erfolge haben. Und was wir schaffen müssen, ist, das auf europäischer Ebene zusammenzuführen und die Gestaltung der digitalen Revolution einfach auch zu einem Top-Thema für die Politik zu machen. Aber der Zustand Ihrer Partei in Deutschland muss einem ja schon Sorgen machen oder muss Ihnen Sorgen machen. Ihre erste Landtagsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zerlegt sich gerade selbst der ehemalige Bundesgeschäftsführer Christoph Lauer ist aus der Partei ausgetreten, bleibt aber Abgeordneter. Das sind ja chaotische Zustände. Ich würde sagen, gerade die Berliner Abgeordnetenhausfraktion ist ein Beispiel für besonders gute Arbeit. Es stimmt, dass da einige aus der Partei ausgetreten sind. Aber diese Fraktion hat es eben geschafft, die Leute trotzdem in der Fraktion zu halten und gemeinsam weiter wichtige Politik zu machen. Zum Beispiel eben Transparenz in das Desaster des Berliner Flughafendebakels zu bringen. Und ich hoffe sehr, dass diese Fraktion zusammenbleibt und auch wenn sich einige vom Kurs der Bundespartei verabschiedet haben, weiter diese Themen verfolgt. Glauben Sie denn, dass diese Fraktion in Berlin 2016 wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen wird? Ich glaube, bis dahin vergeht noch eine ganze Menge Zeit. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, dass sie auch gemessen an ihrer Größe viel mehr erreicht haben als viele andere Fraktionen. Und ja, durch den angekündigten Rücktritt von Wovereit in Berlin ist da ja jetzt auch ein gewisses Vakuum entstanden, wo die Piraten auch gebraucht werden, um halt das Thema Transparenz weiter in der Berliner Politik zu behalten. Das ist Berlin, 2017 sind Bundestagswahlen? Ja, also ich sehe auch, dass die Situation der deutschen Piraten im Moment extrem schwierig ist. Und das hat viel auch damit zu tun, dass wir zu wenig Strukturen haben, um inhaltliche Streitigkeiten auf einer sachlichen Ebene zu einem Ergebnis zu führen. Und ich glaube, was die Piraten dafür erreichen müssen, ist, dass sie sich auch verbindliche Mitentscheidungsmöglichkeiten zwischen ihren Parteitagen geben. Das heißt, wir brauchen eine ständige Mitgliederversammlung im Internet, sonst wird das mit diesem direktdemokratischen Ansatz nicht funktionieren. Und was draußen ankommt, sind nur Streitigkeiten. Das ist die deutsche Politik. Gucken wir mal nach Brüssel. Brüssel ist ja nicht nur europäische Hauptstadt, es ist ja auch der zweitgrößte Lobbyistenstandort der Welt. Sind Sie schon lobbyiert worden? Ja, ich habe mich gerade heute mit den Vertretern der britischen Domainregistrierung getroffen. Also das sind die Leute, die die .co.uk-Domains vergeben. Die möchten mir zum Beispiel erzählen, wie das Internet international reguliert werden soll. Also mein Umgang ist damit, dass ich gerade einen Kalender bastel, der hier mit dem IT-System des Parlaments funktioniert, dass ich eben diese Termine direkt, sobald ich sie ausmache, auf meiner Website veröffentlichen kann. Und dann nach Möglichkeit, also auch für die Themen, für die ich in den Ausschüssen zuständig bin, die Dokumente veröffentliche, die mir dazu zugeschickt werden, damit die Leute eben sehen können, wenn ich irgendeinen Änderungsantrag einreiche, dass der nicht eins zu eins aus irgendeinem Lobbypapier kopiert ist. Aber wie wichtig sind denn Termine mit Vertretern von Unternehmen, also Interessenvertretern, Lobbyisten? Lehnen Sie das im Grundsatz ab oder kann sich im Prinzip jeder an seine Abgeordnete wenden, mit dem Ziel schon auch, sie in bestimmter Hinsicht zu beeinflussen, sie auf bestimmte Dinge hinzuweisen? Wie gehen Sie generell damit um? Also ich finde Lobbyismus grundsätzlich kein Problem. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel sich die internetpolitischen Organisationen in der EU zusammen, in einem europäischen Dachverband zusammengeschlossen haben, European Digital Rights. Der veranstaltet hier so einmal im Monat ein informelles Bier trinken, ein netzpolitisches Bier in Brüssel. Da gehe ich auch schon mal hin und natürlich erzählen sie mir dann die neuesten Probleme in Sachen Meinungsfreiheit im Internet zum Beispiel. Was halt wichtig ist, ist, dass es eine Waffengleichheit gibt. Einerseits zwischen solchen zivilgesellschaftlichen Organisationen und auf der anderen Seite von Lobbyvertretern, von Firmen. Das heißt, diese Organisationen müssen sich registrieren, nicht nur beim Europaparlament, wo das bisher freiwillig ist, sondern gerade auch bei der Kommission und dem Europäischen Rat, wo teilweise der Lobbyismus noch viel intransparenter ist bislang. Und die gleichen Dokumente, die Firmen oder Lobbyverbänden von Seiten der Kommission zur Verfügung gestellt werden müssen, müssen auch öffentlich für alle im Internet stehen. Jetzt haben Sie ja gerade kritisiert, dass es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gibt, die Lobbying sozusagen parallel zu ihrer Abgeordnetentätigkeit betreiben oder zumindest eine Rechtsanwaltskanzlei unterhalten beispielsweise. Sie haben auch selber gesagt, dass Sie sich nicht vorstellen können, Politik auf Dauer oder für immer zu machen. Was machen Sie denn mal, wenn Sie nicht mehr Abgeordnete irgendwo sein können oder wollen? Ich habe ein abgeschlossenes Studium der Politikwissenschaft und Publizistik. Ich habe, bevor ich ins Europaparlament gewählt wurde, so im Bereich Qualitätskontrolle von Studiengängen gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder in den Forschungsbereich geht, vielleicht weiter politikwissenschaftliche Forschung. Dafür ist auf jeden Fall so dieser praktische Einblick in die Arbeit im Parlament ganz wichtig. Parallel kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann jetzt sehr viel besser verstehen, diese ganzen Skandale, die es gab um plagiierte Doktorarbeiten zum Beispiel. Weil wenn irgendjemand ernsthaft versucht, eine Doktorarbeit zu schreiben, während er ein Abgeordnetenmandat ausübt, dann muss eins von beidem qualitativ leiden, weil das einfach wirklich ein Vollzeitjob ist. Aber 2017 kandidieren Sie erst mal für den Deutschen Bundestag? Nö, das interessiert mich gar nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, nochmal zu kandidieren, dann aber für das Europaparlament. Also ich habe ganz gezielt mich von Anfang an auf die europäische Politik konzentriert, weil die wirklich wichtigen Entscheidungen für die Themen, die uns Piraten interessieren, also die Zukunft des Internets, die Frage, ob ich irgendwie YouTube-Videos auch in anderen Ländern anschauen kann und so, dafür werden immer die Rahmenbedingungen auf EU-Ebene getroffen. Und deshalb will ich auch viel lieber hier arbeiten als im Bundestag. Ein wichtiges Thema, denn unsere Sendung Thomas Philipp Reiter, die kann man überall gucken, überall bei YouTube. Wir haben das Problem zurzeit nicht. Wir werden das weiterhin aufmerksam beobachten, Ihren Werdegang. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Reiter, und dass Sie mein Gast waren. In der nächsten Folge von Thomas Philipp Reiter spreche ich mit Elmar Brug über die Frage, ob er mit dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker auch nach den Befragungen im Europäischen Parlament wirklich noch zufrieden sein kann. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Diskutieren Sie mit. Ihre Meinung interessiert uns. Jetzt hier. Diskutieren Sie mit.